so weiter geht es mit Assassin's Creed 4 Black Flag und wir sind immer noch an dieser tollen super guten Mission dran die mir gerade so viel Spaß macht aber nun ja sie gehört dazu wir müssen sie machen wir haben jetzt ein paar unsere Rundkugeln aber ob man sich jetzt noch einmal ansetzen sollten wir die jetzt verkacken werde ich was anderes machen wir haben uns damit kann man vielleicht die Forst oder wo waren step by step die ist von Anfang an schon auf halb okay vorbei sind die Haken fest sind bereit nachladen ja ich habe gewischt der Winkel steckt noch nicht und auf den Grund Grund auf den Grund so weiter geht es mit den nächsten drei und dann versuche ich mal ob es möglich ist den Mörder vielleicht mal als sie sitzen mal ranzugehen kommt die Frage kann ich den so einfach einsetzen oder muss ich da irgendwas für den drücken ich weiß es echt nicht ich kann euch leider nicht helfen weil das Problem wenn ihr mir da neben mir fahrt ich sollte mal lassen auf die Tude zu schießen sowieso nicht der Sinne der Sache da ist sie am schlechtsten man hat den Grund so die letzte bereit machen für aufschlag wenn die wanden alle segel rafften aber wie gegen steuerung ich müsste jetzt mal verschauen wie kann ich die dings einsetzen warte mal kann ich die nicht machen kann ich die nicht gucken wie kann ich die die Frage wie kann ich die einsetzen ich gucke google das jetzt kurz eben schickt doch ähm Mörser so 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 also gut was war das jetzt und ja ist ja gut dann halt nicht mein handy spark jetzt auch gerade rum ich habe das gefühl irgendwas will gerade l1 ok l1 und dann volle feste drauf kann ich versuche ich die großen welt zu machen ein gut platzierter schuss vorbei sind die haken fest bereit zu feiern ja nachladen er hätte geschossen auf wessels der winkel steht noch nicht warten auf dein zeichen kämpfen ich will die scheiß große da wegkriegen ja ja diesmal haben sie ja 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 Ja, das hätte ich immer clever, weil ich auf die eigenen Leute schieße. Ja, die ist weg. Ach, leck mich doch am Arsch mit dem Scheiße. Ja, ja, ja. Bereit zu feuern, Käpt'n. Feier! Feindliches Feuer. Ja, natürlich. Feuer, Gegner! Mann, ich kotz gleich, ey. Selbst wenn ich die Börse einsetze, das juckt die nicht, weil ich die Viecher nicht treffe. Ach, Mann. Ich mag diese Mission. Ich hänge jetzt an dieser Scheiß-Mission fest seit einer Stunde. Ich nehme den Befehl, Sir. Feuer! Ja! Ein guter Platzierter Schock! So, Mama. Da gehen sie unter. Unter auf den Grund. So, drauf. Natürlich nicht getroffen. Feuer! Na, in guter Greffer können Sie sie lahmlegen. Feuer! Tschüss. So, am nächsten. Mehr als eines. Und so. Und so. Und so. Feuer! Feuer! Da, Käpt'n. Da sind sie am Empfind... Feuer! Feuer! Nachladen. Der nächste trifft. Feuer! Feuer! Verdammter Leben! So. Alles setzen und schafft zum Wind ausrechnen. Und zum Rahmsegel! Ich kann nichts machen, weil die mir gerade so die ganze Zeit parallel dreht. Feuer bauen! Da trefft Beute vorbei, Käpt'n. Wir können uns das Spiel verorscht. Aber einfach mit Feuer! Sie präsentieren sich uns! Feuer! Wir sind in den Grund. Kein Gegner für unseren Käpt'n. Die sind nicht allein, Sir. Von Backbord, Sir! Überlebende hier, Master! Feuer! Nein! Jetzt verschrumpft die Bege! Bereit zu schießen, Sir! Feuer! 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 Der Winkel schlägt noch nicht. Ich hab dich jetzt so schwer angeschlagen. Feuer! Feuer! Der Winkel schlägt noch nicht. Ich hab dich jetzt so schwer angeschlagen. Auf! Feuer! Ich glaube, ich hab jetzt fast... Ich glaube, ich hab durch die Börser jetzt tatsächlich... die zwei großen auch so angehauen. Warte Frage, treffe ich die von hier? Könnte sein, ne? Naja, ich scherz. Warten auf dein Zeichen, Käpt'n! Oh. Der geht voll drauf, oder? Und nochmal drauf. Ich habe keine Munition mehr für die Dings, ne? So. 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 So ist das jetzt noch die eine, oder was? Das war natürlich super, wenn ich das mit dem eigenen Boot jetzt gemacht habe. Oh ja, ich weiß nicht, ob ich verbinde bin. Wir haben es geschafft, boah, endlich ey. Mit dem Mörser haben wir es tatsächlich dann am Ende hingekriegt. Boah, jetzt weiß ich aber auch wie das Ding zum Wochen ist. Gott sei Dank, wir hatten ja Leitschuss da so lange Zeit. Haben wir da endlich auf die Reihe gekriegt. So, wo ist die andere jetzt? Ach. So viel Segel wie ihr könnt. Fallen Schothorn an die Schoten. Und falls Aufgabe erledigt. So, gucken wir mal, da fällt es kurz wieder, dass wir jetzt wieder safe zurück zum... Warte, man muss noch überhaupt hin. Das sind jetzt ganz viele Schiffe, natürlich, klar. Sollen wir, ist die Mission hier, oder? Äh, so natürlich nicht. Wo muss ich denn da hin? Ach, hier oben, oh Gott. Da hin muss ich, oder? Kann ich da hingehen? Nee, kann ich natürlich nicht, ne? Oder Terra. Aber hier kann ich hin. Das machen wir jetzt. Dann fahren wir das, machen wir das noch, und dann machen wir dann auch die Hauptmission. Dann hat das jetzt eine Weile gedauert, bis ich diese Mission fällig hatte. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, und dann geht's weiter mit der nächsten Hauptmission.